Es ist gerade wieder eine Menge, eine Menge wirklich Bullshit unterwegs, die super viele Hundemenschen extrem verunsichern. Und da gibt es eine Menge Hundetrainerinnen und Hundetrainer, die wirklich im Fernsehen auch teilweise wirklich Quatsch erzählen, die eine extrem große Reichweite haben und die enorm die Leute verunsichern. Ich meine damit zum Beispiel auch solche Geschichten, die behaupten, dass Hunde auf jeden Fall Korrekturen brauchen, weil ansonsten sind das alles nachher die bissigen Hunde, die im Tierheim landen. Und wenn ich solche Geschichten schon höre, könnte ich im Quadrat springen. Deswegen verzeih mir bitte, wenn es jetzt hier in diesem Video ein bisschen emotionaler zugeht. Also folgendes, natürlich, und das ist auch ganz, ganz wichtig, es gibt kein rein positives Training. Das müssen wir echt erstmal festhalten. Darum müssen wir uns echt erstmal kurz unterhalten. Es gibt kein rein positives Training. Was meine ich jetzt damit? Rein positiv würde bedeuten, wir halten uns in den Quadranten der Lerntheorie immer nur auf in dem Quadranten der positiven Verstärkung. Also sprich, wo für ein Verhalten des Hundes es immer eine positive Konsequenz gibt, die für den Hund in irgendeiner Art und Weise belohnend, verstärkend, angenehm ist. So, wenn man jetzt also sagt, man trainiert nur rein positiv, dann ist das faktisch schon total falsch, weil das ist nicht möglich. Das heißt also, wenn dir jemand erzählt, er trainiert rein positiv, bitte frag nach, wie ist dann das gemeint, denn das ist nicht möglich. Ein Beispiel für es ist nicht möglich ist folgendes. In dem Moment, wenn du eine Leine an deinem Hund dran hast und dein Hund kann nicht zu irgendeiner Schnüffelstelle, der darf jetzt nicht das Reh jagen, sondern vielleicht rasselt der dann auch mal blöd in die Leine oder sowas, dann sind wir logischerweise in einem Bereich, der für den Hund unangenehm werden kann. Also entweder sind wir dann im Bereich einer negativen Strafe, weil er beispielsweise halt was nicht bekommen kann, wo er gerne hin möchte, oder aber es kann halt auch sein, dass du deinen Hund irgendwann mal von was, was ihm tatsächlich unangenehm ist oder wo er wirklich mehr Abstand möchte, dass du deinen Hund dann wegführst. Und dann sind wir auch im Bereich der negativen Verstärkung. So, muss man erst mal wissen, wenn das dir Trainerinnen und Trainer nicht erklären können, dann tut es mir leid, aber dann bitte geh da nicht weiter hin, weil das ist Basiswissen. Das muss jede Trainerin und jeder Trainer, sollte das wirklich wissen, um was es da eigentlich geht, worüber die eigentlich sprechen. Und das wiederum führt mich dazu, dass eine Menge Trainer, die wirklich so Mist verzapfen, wie, ja, hier rein positives Training und so weiter und so fort, und da würden ja quasi die Leute dann immer ihren Hund, andere Hunde beißen lassen und dann guckt man ja da nur zu und wartet, bis der Hund von alleine aufhört, um ihn dann zu belohnen. Wenn ich sowas höre, ohne Witz, ich kriege grüne Pickel. Macht doch keiner, ja, also wer macht das? Und wenn das jemand macht, dann wirklich tut es mir leid, dann ist es einfach schlechtes Training. Das wiederum führt mich zum nächsten Punkt. Natürlich kann es auch sein, dass man es mit positiver Verstärkung probiert, ja, dass man fair und bedürfnisorientiert trainiert, aber dass man trotzdem vielleicht trainingstechnisch einfach nicht ganz so fit ist. Denn es ist nicht so einfach, dass man, wie beim, ich sag mal, beim Korrigieren, hemmen, blocken und so weiter, ja, dass man das irgendwie versucht, immer wieder in verschiedenen Situationen zu machen, sondern da steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter und vor allem ein bisschen Umdenken. Und das ist etwas, was viele Leute nicht checken. Also, wenn du für dich sagst, hey, ich habe wirklich keinen Bock, meinen Hund durch die Gegend zu korrigieren, ja, ich habe keine Lust mehr, den zu hemmen, ich habe keine Lust mehr, den anzublöken, an der Leine zu rucken, das Nein ist quasi das häufigste Wort, was dein Hund auf dem Spaziergang hört und das willst du nicht mehr. Super, das ist völlig in Ordnung und das ist auch möglich, dass du das nicht mehr so machen musst. Aber wenn dir eben jemand sagt, nee, das geht nicht ohne Korrektur, dann such dir bitte eine andere Trainerin oder einen anderen Trainer, denn offensichtlich weiß er oder sie das dann nicht, ja. Und das ist auch völlig in Ordnung, auch für mich als Trainer. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich möchte aber eigentlich schon auch mit Korrekturen arbeiten, dann sage ich, ja, okay, ja, kein Thema kannst du gerne machen, aber dann halt nicht mit mir. Ja, dann gibt es draußen tausende andere Trainerinnen und Trainer, die dich dabei gerne unterstützen, mit deinem Hund mit Korrekturen zu arbeiten, ja, kannst du gerne tun. Aber eben für alle, die das nicht möchten, die das nicht mehr möchten, die vielleicht auch wirklich gemerkt haben, es tut ihnen nicht gut, es tut ihrem Hund nicht gut, die vielleicht auch schon eine Menge Nebenwirkungen davon mitbekommen haben. Es ist einfach auch nicht notwendig, das zu tun, aber es erfordert halt einfach ein bisschen geistige Flexibilität. Lerntheorie, unser Wissen auch um Lerntheorie, wie Lerntheorie funktioniert. Und das führt mich dann zum nächsten Punkt, denn die meisten gehen davon aus, dass Training über positive Verstärkung bedeutet, ich stopfe den Hund den ganzen Tag mit Leckerchen voll. So, das ist natürlich der allernächste größte Bullshit, den es gibt. Natürlich kann man eine ganze Menge mit Futter machen. Und wenn ich einen Hund habe, der Futter klasse findet, ja, warum sollte ich es denn dann nicht nutzen? Ja, zum Rennen benutze ich auch beide Beine, wenn ich sie habe. Also, was soll das? Ja, warum soll ich das denn nicht machen? Man kann damit natürlich auch viel nicht so gut machen, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel Leute habe, die sagen, wow, mein Hund dreht bei Futter immer hoch, dann gucke ich mir das an, was machen die Leute denn mit dem Futter? Und dann sage ich euch mal eins, es ist zu 99 Prozent hausgemacht, das Problem. Weil es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie macht man das? Ja, was mache ich mit dem Futter? Wann und wofür nutze ich das? Und das ist halt bei weitem nicht so einfach, wie beispielsweise immer den Hund irgendwie körperlich zu blockieren, wenn er auf meiner Kniehöhe vorbeilaufen möchte oder sowas. Sondern da sind es manchmal halt auch wirklich andere Sachen, wo man ein bisschen umdenken muss. Aber, und das ist halt das wirklich Coole, wenn man sich darauf einlässt, dann ist es nachher eine so coole Entwicklung, da zu sehen, wie man da Fortschritte macht, wie die Hunde aufblühen und wie sie vor allem hergehen und von sich aus, ohne dass du nachher am Ende irgendwie die ganze Zeit mit Kommandos um dich wirfst, wie sie von sich aus mit Alltagssituationen immer besser zurechtkommen. Und das ist halt etwas, was du über bedürfnisorientiertes Training, über faires Training viel besser erreichen kannst, als wenn du die ganze Zeit hinter deinem Hund herrennst und auf Fehlverhalten wartest, um es dann korrigieren zu können. Also das ist nochmal ein riesen, riesen Unterschied. Wie gesagt, Training über Korrektur, über Strafe, natürlich funktioniert das. Ja, vor allem, wenn man das gut macht, kann das auch super effektiv sein. Aber zum einen, ich sehe halt extrem viele Leute, die es einfach nicht gut machen. Ja, die kein Wissen darüber haben, welches Timing, welche Intensität und so weiter, was und wie und überhaupt. Und die kann Alternativverhalten trotzdem benutzen, sondern die bloß den Hund durch die Gegend korrigieren und die quasi jahrelang an der Leine rucken. Das ist einfach schlechtes Training. Und dann passiert da halt nicht so wahnsinnig viel, außer dass der Hund immer frustrierter, immer mehr verunsichert wird und unter Umständen halt ganz andere Ventile dann aufmacht, die wir auch nicht schön finden. Und natürlich kann man, wie gesagt, auch beim fairen Training, wenn man viel über positive Verstärkung arbeitet, wie gesagt, es geht nicht alles über positive Verstärkung. Ja, wir haben sehr viele Bereiche auch drin, wo man halt negative Verstärkungen mitnutzt oder wo es auch mal eine negative Strafe gibt. Wenn du jetzt mit den Begriffen erstmal nichts anfangen kannst, ist das nicht schlimm. Aber Trainerinnen und Trainer sollten wissen, was das bedeutet. Und ich sehe aber halt leider auch irgendwelche Fernsehtrainer, ja, oder irgendwelche auf Social Media extrem gehypten Trainer, die wissen das offensichtlich nicht, ja, weil das, was sie dann erzählen, was irgendwie positives Training ist, ist völliger Quatsch. Ja, sie haben einfach keine Ahnung davon. Und das ist das, was mich tierisch auf die Palme bringt. Also, wenn du mit Korrekturen arbeiten willst, okay, schick, ja, dann gibt es tausend Trainer, die dir das zeigen. Wenn du aber ohne Korrekturen mit deinem Hund zusammenarbeiten willst, super, ja, dann gibt es auch da Trainerinnen und Trainer, die dir dabei helfen. Wenn ich dir irgendwie ansatzweise sympathisch bin und du jetzt auch aus meinen anderen Videos vielleicht das Gefühl hast, das könnte connecten, ja, dann melde dich einfach bei mir. Dann schaue ich, wie ich dir da weiterhelfen kann mit deinem Hund. Es geht auf jeden Fall, es geht mit jedem Hund, ja, auch da haben wir Hunde mit rückgerichteter Aggression, Kanekorsos, die den Menschen, den eigenen Menschen wohlgemerkt, ins Bein gebissen haben, bei einer Hundebegegnung, ja, all solche Sachen aussiehst, die nur noch mit Maulkorb geführt werden konnten, weil sie ansonsten gegen ihre Bezugspersonen gegangen sind, bei jedem Mal, wenn die Leine auf Spannung war und so weiter, haben wir alles, alles, ja. Also wir haben hier nicht die Blümchenhunde, das ist nochmal ganz, ganz klar. Und das alles geht, ohne den Hund weiter zu drangsalieren. Und da haben wir jetzt mittlerweile eben Hunde, die freuen sich auf Hundebegegnungen. Ja, die Menschen sich logischerweise auch. Und das ist halt eine ganz andere Entwicklung. Also das heißt, ja, natürlich funktioniert Training über Strafe und Korrekturen, aber es ist auch anders möglich. Und das ist mir super wichtig, dass du das weißt, dass dir das auch bewusst ist und vor allem, wenn du für dich entscheidest, du möchtest das bitte auch. Ja, du möchtest nicht weiter deinen Hund drangsalieren, sondern du möchtest wirklich fair mit dem arbeiten, hast aber vielleicht noch keine Ahnung, wie das ausschauen kann. Ja, dir fehlt vielleicht einfach noch das Wissen dazu. Dann ist das nicht schlimm. Das können wir zusammen erarbeiten, ja. Also dann melde dich einfach gerne und lass dich darauf ein, wie das funktioniert und vor allem, was das mit dir und deinem Hund in deinem Zusammenleben auch anstellt. Denn das sind so die Nebeneffekte, die dann ganz häufig auftauchen, die einfach super überraschend sind, wo man dann viele Leute sagen, boah, hey, da haben sich jetzt so viele Baustellen nebenbei einfach erledigt, ohne dass man da jetzt mal was dran trainiert hat. Einfach dadurch, dass man den Umgang mit seinem Hund ein bisschen angepasst hat, ein paar Dinge mehr macht und andere Dinge wiederum weggelassen hat. Also lass dir bitte so einen Blödsinn nicht erzählen und wenn dir das jemand erzählt, dann sei so frei. Frag auch gerne mal kritisch nach, so hey, wie meinst denn du das? Ja, oder auch so Sachen wie, wenn die Leute sich eben auf die Webseite schreiben, ja, sie arbeiten gewaltfrei und dann kommt halt doch durch die Blume, naja, jetzt müssen wir doch mal Leinenimpuls geben, ja, oder all solche Sachen. Ich weiß, das irritiert wie die Hölle, aber frag die Leute doch dann einfach, du, wie reagierst denn du zum Beispiel, wenn, was weiß ich, ein Hund dich anspringt oder der Hund nicht auf den Rückruf reagiert oder wie reagierst du denn oder wie soll ich denn reagieren, wenn jetzt mein Hund, was weiß ich, in der Hundebegegnung auslöst. All das sind Dinge, die dir schon mal einen Hinweis darauf geben, wie diese Menschen dann arbeiten und was sie dir auch zeigen wollen. In keinem übrigens dieser Fälle, die ich jetzt gerade genannt habe, ist es notwendig, den Hund zu korrigieren, sondern da setzen wir eben ein bisschen anders an. Und ich kann dir versichern, auch mein Hund und alle Hunde, die ich trainiere, die kennen Grenzen, ja, die zerren nicht wie blöd an der Leine, die lernen locker an der Leine zu laufen, sie lernen Menschen in Ruhe zu lassen, sie lernen andere Hunde nicht anzubellen, sie lernen entspannter im Alltag zu sein, ja, nicht das Fressen vom Tisch zu klauen und so weiter und so fort. Das ist natürlich, die kriegen den ganzen Tag Grenzen beigebracht, ja, mit allem, was wir im Training machen. Also lass dir da bitte nicht erzählen, dass Hunde, die ohne Korrektur trainiert werden, ja gar keine Grenzen kennen und nachher die völlig auffälligen Hunde im Tierheim sind, die alle beißen und fressen. Das ist natürlich Hanebüchner Quatsch, der jetzt irgendwie nur genutzt wird, um da richtig, richtig Stimmung zu machen. Also nochmal festgehalten, es gibt kein rein positives Training, das geht faktisch nicht. Aber man kann natürlich aktiv darauf verzichten, dass man im Training positive Strafe benutzt. Und wie gesagt, wenn du jetzt dabei nichts anfangen kannst mit den Begriffen, ist das erstmal nicht dramatisch, aber Trainerinnen und Trainer sollten das wissen. Häufig tun sie es aber leider nicht. Das ist das, was mich tierisch, tierisch nervt, denn das gehört einfach zur Grundausstattung wieder zu. Und naja, wenn man Weiterbildungsallergie hat, dann findet das offensichtlich nicht so sehr statt. Aber was mir auch wichtig ist, es ist eben sowohl funktionierendes Training über Korrekturen. Natürlich geht das. Ja, natürlich kann man damit auch Verhalten ändern. Es geht aber auch eben anders. Ohne, dass man diesen Quadranten der Lerngesetze nutzt, ist es möglich, das Ganze eben ja auch fair und freundlich zu machen. Überwiegend über positive Verstärkung, aber eben auch unter Umständen mal mit negativer Strafe oder negativer Verstärkung, weil das gehört schlicht und ergreifend zum Leben mit dazu. Man kann sich aber eben dazu entscheiden, dass man dem Hund nicht bewusst unangenehme Sachen zufügt, um ihn einzuschränken, zu hinzuhemmen, ihm Schmerzen zuzufügen, ihn zu erschrecken, was auch immer, ihm Angst zu machen. Das ist nicht notwendig. So, jetzt aber genug aufgeregt hier für heute. Wenn, wie gesagt, du jetzt da mit deinem Hund irgendwo stehst und du hast auch gar keine Lust mehr auf diesen ganzen Hemmungsquatsch und Korrekturquatsch, du weißt aber nicht so richtig, wie du da beispielsweise mit Hundebegegnung rauskommst oder aber auch, und das ist wichtig, oder aber auch, wenn du schon lange gerne über positive Verstärkung arbeitest, vielleicht auch schon so Sachen wie Klick für Blick, immer Bögen gehen, auf Abstand sein, den Hund belohnen und so weiter, aber du kommst trotzdem mit deinem Problem nicht weiter, dann lass uns doch da mal einen Blick drauf werfen, denn wie gesagt, nur weil man gerne Kekse füttert, heißt das nicht automatisch, dass es auch gutes Training ist, sondern auch da logischerweise gibt es Abstufungen. Und ansonsten melde dich gerne einfach unter www.erik-hammer.com Dort kannst du dich für eine kostenlose Erstberatung eintragen und dann sprechen wir beide gegebenenfalls bald miteinander und finden raus, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. So, zeig das Video bitte allen möglichen Leuten, die das unbedingt wissen sollten. Ich danke dir!